Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostturf. Wir machen gleich mal ein wenig schneller, denn ich kann es kaum noch abwarten, hier diesen Ofen zu sehen. Dafür braucht es aber noch einiges. Da brauchen wir auch schon Steine, auf jeden Fall 2000. Wie viel haben wir? 4000. Okay, ist kein Problem, aber ein echt weiter Weg. Wir bräuchten eigentlich nicht nur hier noch eine Brücke, sondern eigentlich hier auch nochmal eine Brücke, ne? Das wäre gerade für die Steine, fürs Rüberbringen, hier ganz praktisch. Andererseits, na gut, das nimmt sich nicht weh, ob man jetzt hier lang geht oder da lang. Na ein bisschen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen kürzer. Eine Eisenbahn wäre gut. Ich hätte super gerne, ja gut, Pferde, ne? Ja, wir bräuchten vielleicht auch langsamer Wagen mit Pferden. Da können wir mal gucken. Wir müssen ja nur Pferde kaufen. Ich meine, Futter sollten wir ja genug haben, wahrscheinlich. Weil langsam zieht sich das Dorf doch sehr auseinander, muss man ehrlich sagen. Wo wären die denn? Also dann braucht man natürlich auch den Sattler. Das ist dann das Nächste. Die Hufe können wir ja scheinbar bei dem Schmied oder Karpenthalerwurst warm machen. Wo haben wir es denn? Jetzt finde ich es nicht. Und unser Schweinsteil ist auch noch kein Schweinchen drin. Haben wir auch noch nicht gemacht. Okay, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Wo sind die Pferdchen? Schicken, Pixie, Farm, Faust Vivo. Was sind sie denn? Bin ich hier falsch? Ich sehe sie gerade wirklich hier nicht. Aber das ist doch hier das... Ach hier, Stable. Komischerweise ist es hier. Und nicht hier. Okay. Das ist der Stable, der Steil. Habe ich da eine Info? Ne, leider gar nicht. Also quasi auf gut Glück jetzt, ob es dann funktioniert oder nicht. Jetzt ist mir die Frage, wo ist denn der Stall am sinnvollsten? Das weiß ich jetzt wirklich nicht so genau. Ich würde den ja fast hier zu den Kühen packen. Andererseits müssen ja auch noch die anderen Sachen in der Nähe sein, wie Sattlerei und so, vielleicht dann doch lieber hier. Ich überlege halt, wie es Sinn macht dann mit den Wagen, ne? Also der Stall und die Möglichkeit, dann die Wagen zu holen, sollte ja quasi nebeneinander sein, wahrscheinlich. Und ob das dann hier so viel Sinn macht, das hier rechts zu machen, ist noch die Frage. Ob es nicht sinnvoller wäre, das irgendwie sehr mittig zu machen. Andererseits haben wir auch keine richtige Mitte. Also hier könnten wir es machen. Hier sind wir ja schon verplant, da will ich es auch nicht machen. Oh, Moment. Halt, halt, halt. Stopp, stopp, stopp. Da gucken wir erst mal. Kühe. Wunderbar. Dann, hier, Bullen hätte ich gerne. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man denn? Was kostet denn einer überhaupt? Ähm. Hallo? Es geht nicht. Er hat keine Bullen. Verdammt. Er hat nur hier kein Ball, ist nur Kühe. Er hat keinen Bullen dabei. Ah, wie ärgerlich ist das denn schon wieder. Aber Schweine. Komm, wir machen das jetzt mal mit den Schweinen. Ähm. Der hat leider auch nur wieder die weiblichen Schweine. Keine männlichen. Das ist ja... Das ist natürlich echt doof. Was kosten uns denn? Und zwei Schweine wären schon 70. Oh, wir haben aber gerade sogar ein bisschen was. Aber das bringt uns ja nichts, ne? Was haben wir für ein Schwein, wenn die sich nicht vermehren können? Nichts. Gar nichts. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, es macht keinen Sinn, jetzt weibliche Schweine ohne Männliches zu kaufen. Und ansonsten brauchen wir hier auch nichts. Können wir irgendwas wieder verkaufen? Wir haben ja zu wenig. Ich denke, wir haben so viel... Äh, so wenig Backbeat nur noch. Krass. Da haben wir auch nicht mehr viel. Das haben wir auch verkauft, ne? Ne, wir können hier gerade auch nichts loswerden. Tatsächlich, wir haben nichts. Ne, lassen wir. Ja, ist okay. Machen wir das schneller. Und wir gucken jetzt nochmal wegen dem Stable. Stable und Waggon-Shed wäre das dann, ne? Was zusammengehört nämlich an. Ja, komm, wir machen das hier mit hin. Wir haben hier schon einiges da. Dann könnten wir ja einfach... Nicht zu weit weg vom Weg. Vielleicht orientiere ich mich tatsächlich einfach an dem Weg, der hier schon getrampelt wurde. Dann können wir das so nach hinten aufbauen alles. Dann kommt das hier. Das hier vielleicht eher nach hinten. Und da dann der Waggon-Shed. Bin mir nicht ganz sicher, ob die zusammen müssen. Jetzt fehlt mir quasi wieder hier eine Info. Ich gucke nochmal kurz bei dem Waggon-Shed, ob da was steht. Auch keine Info. So sieht der aus. Da sind vielleicht auch nochmal die Pferde, ne? Das sieht so ein bisschen so aus, als wäre bei beiden dann quasi die Pferde. Hört ab, tut drei Waggons. Also drei Waggons sind drin. Und hier sind die Pferdchen. Okay, ich mache das mal so. Ich mache hier hinter die Pferde. Hier hin. So. Dann. Den Waggon-Shed hier hin. Das ist quasi... Ich glaube, das gehört schon irgendwie zusammen. Könnten wir das quasi hier am Weg, wie gesagt, so ein bisschen orientieren. Dann könnte hier... Wird wahrscheinlich noch ein Weg dann neu entstehen. Zu den Pferdchen. Machen wir es so. Ich hoffe, hier ist genug Platz dazwischen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Obwohl, wir brauchen ja auch Sattlerei und alles, ne? Also das ist es noch nicht. Die Sattlerei ist so ein ganz kleines Ding. Überlege ich nur, ob ich die da hin mache oder hier mit hin. Hier ist ja eigentlich unser Betriebsgelände. Und hier werden ja auch die Pferdeschuhe hergestellt. Deswegen würde ich es fast hier mit hin machen. Am liebsten tatsächlich hier... Hier ist quasi ja eh unsere Leder, Schneiderei, Zeugs, Beben und so weiter. Dann finde ich das hier eigentlich sogar ganz passend. So. Okay. Dann würde ich sogar den Sattler nach vorne ziehen. Was, glaube ich, mehr Sinn macht. Und irgendwo müssten wir dann halt die Pferdeschüchen... Hier. Die müssen wir dann natürlich auch noch herstellen. Die haben jetzt nicht mehr genug Scharkohl. Okay. Brauchen wir noch mehr. Wir haben jetzt schon so viele Dinger hier stehen. Vielleicht sollten wir doch noch hinten auch noch welche machen. Oder es fehlt gerade einfach an Leute. Hier ist noch nicht wieder losgegangen. Nee. Die warten noch. Wo waren das jetzt hier? Dann liegt das daran, dass sie sich nicht holen. Weil hier ist ja quasi was drin. Hier auch. Das ist überall eigentlich gerade was drin. Sie müssen es sich nur holen. Ich glaube, das nicht... Also es liegt nicht daran, dass wir keine haben. Hier sind auch schon 800 drin. Der macht auch schon seine... Oh, hier muss ich es noch rausnehmen. Stone weg. Nur Limestone, bitte. Habe ich noch nicht gemacht. Vergessen einzutragen. Wir könnten auch zwei arbeiten. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Limestone. Auch schön. Hier arbeitet eine Frau. Hier kann ja... Nee, da konnte kein Mann arbeiten. Das ging nicht. Ja, schade mit den Schweinen. Ich hätte gern Schweine. Aber es bringt halt echt nichts, wenn da keine Männer drin sind. Das bringt uns überhaupt nichts. Und auch hier sind auch keine Männer drin. Hier sehen wir es null. Das bringt uns alles nichts. Pferdchen könnten wir auch schon kaufen. Gibt es auch nur weibliche. Warum haben die nur Frauen? Warum haben die keine Männer? Mensch, wenn man sie mal braucht. Braucht man einmal im Leben die Männer und dann sind sie nicht da. Na gut. Wow. Da haben wir auch schon richtig viele hier. Wir haben jetzt auch hier quasi das Endlimit erreicht. Wir haben 15 kleine, 15 große. 30 können es insgesamt nur sein. Wir haben jetzt quasi wirklich das Maximum erreicht, was hier möglich ist. Der Schlachter, dafür brauchen wir den ja nicht. Chicken Egg. Also ich habe das so verstanden, die werden da selber geschlachtet, nicht beim Schlachter. Also hier ist der Schlachter. Ja, Chaos und Pigs geht es ja auch gar nicht einzustellen. Essen ist okay. Das schafft die, glaube ich, ganz gut. Sollten wir noch eine einstellen? Ich stelle vielleicht noch eine ein, die noch Zeug bringt. Gerade haben wir sie ja, die Frauen. Hier arbeiten auch zwei. Hier ist nur noch eine. Haben wir noch Männer über? Nee, eine nicht. Hier haben wir auch nur drei Monate. Oh Gott, da stelle ich mal noch jemanden ein. Heus genug da, muss auch nur hingebracht werden. Okay. Na gut. Ist hier noch der Carpenter? Der kann raus nämlich. Dann kann der ja noch helfen hier. So, dann haben wir da noch einen. Oh, und mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich vergessen habe, die Uhr einzustellen. Oh je. Ich nehme mal an, wir haben jetzt so fünf Minuten oder so gespielt. So, wie sieht es denn hier aus? Die Steine werden gerade hingestöpft. Ja, es ist ein weiter Weg. Es ist wirklich ein weiter Weg. Wie viele Bauarbeiter haben wir denn gerade? Wäre natürlich auch die Überlegung. Einfach nochmal. Oh, wir haben echt nicht viele Bauarbeiter momentan. Ja, dann würde ich hier nicht unbedingt. Mehl haben wir gerade nicht so viel. Dann würde ich eher hier den einen noch rausnehmen. Ausnehmen. Ist hier noch jemand? Ne. Okay. Die müssen arbeiten. Hier sehen die Wagen momentan aus. Ganz gut. Okay. Ja, und mit Wagen wurde mir auch gesagt, wäre hier vielleicht nicht schlecht nochmal Wagen hinzustellen. Würde ich auch gerne dann nochmal. Also gerade hier, wenn wir jetzt die Häuser dann hier bald bauen. Dann sollte ich hier nochmal so ein Wagending stellen. Und ich würde es fast hier hinstellen dann. Ich denke, das passt dann ganz gut, dass hier auch schnell die Wagen ja damit dorthin gefahren werden kann. Okay. Viel zu tun hier. Ist schon schön hier mit den Kühen. Gefällt mir sehr, dass die hier auf dem Feld rumstehen. Und grasen. Mal gucken. Vielleicht bringt uns das dann wirklich die Fruchtbarkeit quasi auch mehr wieder. Ich bin sehr gespannt, wie das Feld im nächsten Jahr aussieht. Oh, das ist mir nicht... Warte mal. Ach nee, steht... Okay, das sah gerade irgendwie mit dem Schatten so aus, als würde das Gebäude in der Luft stehen. Glücklicherweise nicht. Was ich gerade überlege, wenn wir hier so viele Bauprojekte jetzt haben, ob es nochmal sinnvoll wäre, zwischendurch nochmal andere Häuser bauen zu lassen. Also hier dann. Obwohl wir hier... Wir können überall noch ein paar Männer rausnehmen. Sehr schön. Hier wächst es jetzt auch. Hier ist es fast fertig, ne? Okay, Ripening muss noch kommen, aber sieht schon gut aus. Okay. Das Getreide geht uns echt jetzt doch ein bisschen schneller aus, als gedacht. Wir brauchen... ...auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also da müssen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall gut pflanzen. Ich bin gar nicht sicher, jetzt haben wir gar kein Getreide drauf, ne? Doch hier, okay. Also ein bisschen was kriegen wir, aber nicht viel. Nur von einem Feld. Na gut. Aber immerhin ist zwischendurch nichts. Textilien werden auch produziert. Das freut mich sehr. Aber das sind jetzt auch nur solche Textilien, ne? So richtig Kleidung ist es auch noch nicht. So wie wir das öfter sehen, könnten wir ja kaufen quasi. Die richtige Kleidung kriegen wir dann wahrscheinlich auch nur, wenn wir die Tannery hier haben und wirklich Leder verarbeiten können aus den Kühen. Nehme ich fast an. Da sollten wir uns auch demnächst drum kümmern. Oh Gott, das ist jetzt echt eine Menge, was man auf einmal quasi alles bauen möchte. Aber da wir jetzt auch Kühe haben, sollten wir da wirklich bald dran denken, dass ja dann auch das Leder wahrscheinlich in der Tannery verarbeitet wird. Nehme ich jetzt mal logisch an. So, wie sieht es aus? Gebaut wurde noch nicht. Es muss immer noch sehr viel hingebracht werden. Ah, ich überlege gerade, könnten natürlich auch mal die höchste Geschwindigkeit, das ist nicht angenehm beim Zugucken, aber gerade dauert es einfach sehr lange, bis sie... Oh, ich wollte gar nicht dahin, ich wollte nur die Materialien anschauen. Okay, aber die Nägel werden jetzt scheinbar komplett gebracht. Das ist schon mal gut, weil Nägel fehlt es uns gerade auch so ein bisschen. Ach ne, 400, ich habe gerade hier geschaut. Das geht sogar. Das sind mehr, als ich gedacht hätte. Aber Eisen ist langsam Mangelware. Also beim nächsten Händler sollten wir dann doch vielleicht mal wieder Eisen kaufen, wenn er da ist. Ich glaube, das wird nötig sein. So, hier geht es noch nicht los, sehr gut. Wunderbar, jetzt läuft es hier. Hier wird es schon wieder wegen Wasser, aber ich glaube, die haben einfach keine Zeit, um sich Wasser zu holen. Brunnen sind es genug. Da können sie, glaube ich, nicht meckern. Holz, haben wir genug Holz? Ja, doch, wir haben genug Holz da. Das sollte auch nicht das Problem sein. Und Steine haben wir auch es nur. Ach, die Wege halt. Aber wir können ja nichts dafür, Limestone ist halt hier. Ich kann es ja nicht ändern. Und ich finde es sinnvoller, die ganze Produktion dahin zu machen, wo der Stein ist, quasi, als das hier hinten irgendwo zu machen. Und da müssen die jedes Mal, wenn die einen Stein holen, ewig weit fahren. So finde ich es sinnvoll. Jetzt dauert es halt ein bisschen, um die Sachen zu bauen. Weil es hier hingebracht werden muss, aber an sich, glaube ich, ist es für die Produktion besser, wenn alles hier in der Nähe der Steine ist. Ewig wird das ja auch nicht reichen, ne? Wenn ich hier schon gucke, der hier kümmert sich ja nur um Steine. Und der hat hier auch schon echt viel, also hier war ja alles voll gewesen mit Steinen. Das hat er sich alles schon geholt. Hier ist noch Steine. Ich weiß auch gar nicht, wo der gerade sich so rumtreibt. Also wo der jetzt gerade Steine holt. Wir können es kurz mal verfolgen. Ah, ne, der geht jetzt schlafen. Okay, können wir nicht verfolgen. Leider. Ist gerade nicht. So, wir haben fast alles da. Wunderbar. Bisschen Stein noch, ein bisschen Holz. Aber ich glaube, dann wird hier auch bald losgelegt, oder? Dann sollte ja eigentlich bald das Bauen beginnen. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie das denn aussieht, wirklich. Ein paar Minütchen haben wir auch noch in der Folge. Also wir müssen noch nicht gleich aufhören. Oh, die Erntezeit ist losgegangen. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier tatsächlich uns kümmern. Wir müssen die Frauen wieder aus den anderen Sachen wegnehmen. Hier reicht uns erstmal eine. Hier reicht uns auch eine. Es wurde genug hingebracht. Hier auch. Oh, war die? Na, die haben immer nicht so viel. Ich weiß nicht, warum genau. Ja, warum das hier so kritisch ist. Essen die Kühe das so schnell weg? Oder, also Heu ist ja hier in den Dingern genug. Ja, auf jeden Fall. So, können wir noch... Hier können wir noch einen wegnehmen. Stell ich hier nämlich nochmal auch Männer ein. Bei den Trägern. Ansonsten, wo können wir noch was wegnehmen? Bauarbeiter ungern, weil wir gerade so viel zu bauen haben. Die hier. Und dann war es das... Ach nee, hier noch. Okay, dann war es das jetzt aber. Hier können wir auch noch einen wegnehmen. Der kann auch noch schnell helfen. So, dann machen wir jetzt doch wieder schnell. 600 noch. 291 Stein. Okay. Ich hätte das halt gerne noch in dieser Folge. Deswegen mache ich gerade so Tempo. Weil ich gerne in dieser Folge auf jeden Fall noch den Ofen hier fertig hätte. Hier wird auch schön die Kohle gebracht. Wunderbar. Habe ich die hier auch drin? Nee. Oh, unser Eisen. Ja, dann gucken wir mal kurz mal, ob der Eisen hat. Eisen. Wunderbar. Da holen wir uns mal wieder ein bisschen was. Können wir uns 200... Oh, ja, okay, wir können es mehr leisten. Oh, so viel wollte ich nicht. Ich wollte nur 500. Habe ich doch es kaufen, ne? Nicht verkaufen, ja. Okay. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf einmal sein Zeug verkauft. Backbiet haben wir gar nichts mehr. Uha. Ist uns tatsächlich ausgegangen. Das Sonnenblumenöl auch mittlerweile. Okay, wir haben echt viele Mäuler zu stopfen scheinbar. Aber wir haben wieder viel Weizen. Ist okay. Daraus wird dann halt Mehl gemacht. Dann können wir schon überleben. Ähm, Kühe. Wieder keine Bullen. Oh, das gibt es doch nicht. Die haben nur Mädchen. Ich brauche jetzt echt keine Mädchen. Und hier auch keine männlichen Schweine dabei. Brauchen wir auch nicht. Das bringt uns halt nichts, ne? Weibliche Schweine zu haben ohne Männer. Weil dann können wir die ja nicht schlachten. Das Einzige, was wir mit Schweinen machen können, ist ja Schlachten. Aber das können wir halt nicht, wenn wir keine Männer haben, um die vorzupflanzen. Das macht keinen Sinn. Okay. Gut. Dann wieder schnell. Und hier. Auf den Rest warten. Boah. Wird mir schon ein bisschen schlecht, wenn ich hier auf die schnelle Windmühle gucke. Das ist schon ganz schön schnell. Sehr, sehr schnell. Oh, jetzt geht es los, ne? Na, doch, doch, doch. Alles da. Okay. Dann wird jetzt am nächsten Schritt auf jeden Fall gebaut werden. Es müssen nur ein paar Bauarbeiter Zeit haben und herkommen. Nee. Du bist kein Bauarbeiter. Du wirst wahrscheinlich nicht bauen. Und was mir gerade auffällt. Wir haben hier gar keine Bänke. Für, falls sich hier mal jemanden hinsetzen möchte. Das sollten wir vielleicht... Ähm. Warum hat sich die Bank da jetzt einfach hingesetzt? Ich weiß es nicht. Das war nicht so gedacht. Ich würde hier einmal eine ans Lager stellen. Und ich hätte wieder die Taste festdrücken sollen. Festhalten sollen. Wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe den gerade gar nicht. Ähm. Ach hier. Dann würde ich aber hier noch eine Bank hinstellen. So. Wieder die Taste nicht gedrückt. Natürlich nicht. Wo aber eigentlich... Wir könnten ja an die Brücke vielleicht... Und da mache ich mal ein Bäumchen hin. Hä? Ich habe doch die Taste diesmal gerückt. Halt. Das ist schön. Okay. Und hier auf die Seite auch. Das haben wir, glaube ich, bei den anderen Brücken nämlich auch gemacht. Der hier ist irgendwie nicht so richtig schön. Ah, jetzt kann ich ihn leider nicht mehr wegmachen. Das ist ein bisschen weit ab. Naja. Ich kann aber auch... Warte mal. Ah, ist zu nah an dem anderen jetzt dran. Okay. Ja, den hätte ich nämlich gerne weg. Aber ich kriege es gerade... Ah, ich kann den hier nicht... Wahrscheinlich erst, wenn er gesetzt wurde, kann ich ihn dann wegmachen. Na gut. Ist jetzt leider so. Und? Würdest du bauen? Ist das... Ne, das ist ein Träger, oder? Ah, der hat die letzten Sachen jetzt gebracht. Ja, wunderbar. Dann... Oh, wer kommt denn jetzt da alles? Sind das die ganzen Bauarbeiter, die jetzt anfangen? Moment. Machen wir mal ein bisschen... Ne, der gibt... Ah, das sind die Förster. Die setzen hier die Bäumchen, die ich hingestellt habe. Da sind sie jetzt. Wir können den auch nochmal... Jetzt vielleicht... Ja, wir können den jetzt noch moven. Achso, jetzt geht es sogar richtig. Okay, das ist ein bisschen umständlich gemacht, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir hier nochmal einen neuen. Und hier ist jetzt schon ein wenig was entstanden vom Ofen. Gar nicht mitbekommen wegen dem blöden Baum. Aber, ja, irgendwie... Wo ist er denn jetzt, der Bauarbeiter? Ach, guck mal. Hier wird auch fleißig der Limestone geerntet. Ah, so spät gedrückt. Ach, cool. Hier ist er drin. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Wird das jetzt höher, wenn er das jetzt hier ableht? Muss ich kurz mal verfolgen. Wahrscheinlich immer ab einer bestimmten Menge, nehme ich fast an. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr... Also nicht höher geworden. Na gut. Jetzt gucken wir hier wieder. Hier kommt doch bestimmt... Du bist doch bestimmt Bauarbeiter, oder? Du hast doch bestimmt Lust... Nein. Er hat keine Lust. Na ja, gut. Hier wird schön geerntet. Wir haben sogar wieder ein bisschen Backweed hier drin. Ist das neu, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. War hier irgendwo Backweed? Weiß gar nicht. Nee, eigentlich nicht, ne? Hanf war hier. Hier war Backweed. Oder ist Backweed? Glaube ich. Okay, ja, dann kommt der Backweed jetzt von hier. Na, dann haben wir wieder ein bisschen was. Sehr schön. Ja, da sehen wir es gerade. Wunderbar. Hatte schon mir ein bisschen Sorgen gemacht, deswegen. Das mit den Feldern scheint auch wieder gut zu klappen. Wir haben auf jeden Fall genug Leute. Und dann müssen wir, wenn die alle abgeerntet sind, gucken wir mal wegen den neuen Feldern. Jetzt aber erst mal hier zu schauen, bevor wir es vergessen. Ein Sakeen. Ein Sakeen. Mal gucken, wann er wie lange es braucht, um den zu bauen. Nein! Ah, ich glaube, die brauchen immer so lange her, dass die viel zu K.O. sind, dann noch was groß zu bauen. So kommt es mir ein bisschen vor. Aber die kommen hier an und hören auch schon wieder auf. Das ist wirklich, der Weg ist einfach zu lang. Die haben keine Zeit, um hier wirklich zu arbeiten. Ärgerlich. Da, jetzt verfolgen wir das mal, wie viel er baut, bis er abhaut. Was macht der denn gerade da für Streben hin? Okay, da ist irgendein Anbau. Ich kriege das Bild immer nicht so schön hin, wie ich es gern hätte. Okay, aber der ist jetzt doch ein bisschen länger beschäftigt als der vorher. Vielleicht hatte der schon vorher einfach sich besser ausgeschlafen, ein bisschen besser gegessen. Vielleicht hat der andere einfach die Nacht durchgezeckt. Oh, was war denn da los? Not enough food variety. Okay, also die reicht gerade die Essensauswahl nicht. Spannend. Wusste ich nicht, dass das passieren kann. Aber wir haben ja jetzt eigentlich wieder ein bisschen verschiedene Sachen. Also jetzt kommt ja der Backweed wieder. Aber das ist wirklich, ne? Das ist, glaube ich, wenig. Also wir haben Fisch, wir haben Mehl und wir haben Backweed und Sonnenblumenöl müsste eigentlich auch noch sein. Vielleicht fehlt denen das Fleisch mittlerweile. Ah ne, es gibt kein Sonnenblumenöl mehr, ne? Weil uns die Sonnenblumen ausgegangen sind. Und wir haben jetzt keine gepflanzt, aber wir können im nächsten Jahr wieder Sonnenblumen pflanzen. Spannend. Ist uns tatsächlich ausgegangen. Das heißt, wenn er die hier noch verarbeitet hat, kann er tatsächlich auch aufhören. Dann gibt das nichts mehr für ihn zu tun. Na, endlich mal ein tüchtiger Arbeiter hier. Das gefällt mir sehr gut. Dann schaffen wir das doch noch in der Folge. Ich warte jetzt wirklich nur darauf, dass er hier fertig ist. Und dann beenden wir auch die... Nein! Nein! Okay, bist du... Bitte, 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 sei Bauarbeiter. Bitte, bitte, nein. Verdammt. Ich will das doch nur fertig haben. Na komm, du aber... Ja, wunderbar. Wir haben ja auch ein paar Bauarbeiter. Ich frage mich, warum hier immer nur einer arbeitet. Es ist ja... Die machen ja immer nur eine Baustelle nach der nächsten. Also hier hat ja noch keiner angefangen. Deswegen bin ich etwas verwundert, warum jetzt hier immer nur einer dran hockt. Oh, ich glaube, wir sind gleich durch, ne? Gut, aber noch nicht so ganz. Wird wohl doch noch ein bisschen höher als gedacht. Wenn wir da mal so reingucken. Hier sehen wir die Mulde, wo gebrannt wird. Also hier ist... Das wird, glaube ich, immer zugeschüttet, oder? Ich habe mal sowas in der Doku gesehen mit so... Mit diesen Öfen, wo Keramik drin gebrannt wurde. Da war es so, dass dann der Eingang quasi irgendwie zugeschüttet wurde. Damit dann innen das brennen konnte. Oh, jetzt haben wir hier richtig fleißige Ameisenarbeiter. Drei Leute dran. Wunderbar. Das sieht auch echt cool aus hier. Also ganz ehrlich, das ist schon cool mit dem Gerüst hier drumherum. Ah, ich bin immer... Das Bild, ich wünschte, ich könnte es ein bisschen sanfter bewegen. Okay, hier geht die Treppe hoch. Wird das jetzt hier auch noch höher, ist die Frage. Wir haben ja noch Steine, die noch verarbeitet werden. Nein, jetzt haut doch nicht wieder ab. Ja, ich glaube echt die Idee, der Weg ist zu lang. Wenn wir jetzt einen Wagen hätten, könnten die da mit dem Wagen herfahren. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das auch geht, dass die dann sich auf den Wagen setzen und herfahren. Okay. Jetzt geht es da noch ein bisschen weiter. Ja, hier scheint das Ende zu sein. Man, mal wenn ich hier oben an den Rand komme, verrutscht das Bild. Okay, ein bisschen ist noch... Oh, noch mal höher. Okay. Aber das wird wahrscheinlich das Ende sein, wenn hier die Rampe ist. Und? Haben wir es jetzt? Okay, da vorne ist noch irgendwas, so ein eingangmäßiges Tor. Okay. Und? Jetzt gleich. Na komm. Na komm. Ah, schon wieder. Ich komme immer, wenn ich hier die Pfeile drücken will, da oben ran. Näher ran kann ich leider nicht. Gleich, gleich. Jetzt. Das müsste jetzt der letzte, das letzte Teil sein. Und da haben wir es. Da ist das fertige Gebäude, der Ofen, mit Vorderdach. Ach, schön. Huch, da hat es mir glatt, da habe ich mich glatt verschluckt, vor Freude. Okay. Ja, hier müssen jetzt nur die Sachen hingebracht werden. Erstmal Charcoal. Und dann können wir da hoffentlich den Kalkstein brennen. Sehr spannend. Also dann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne like dir lassen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.